Guten Morgen und herzlich willkommen. Es geht heute wieder nach Frankreich zum Alpentraining am Mont Blanc Massif zu Richard Gouble und seinem Team. Diesmal ist der Nico dabei. Ich war ja im letzten Jahr schon, das heißt, der hat in diesem Jahr ein bisschen den Vorrang. Der darf als erstes, ich kann ein bisschen länger frühstücken und wenn Nico das erste T-Shirt vollgespitzt hat, dann darf ich ran. Und ja, Wetter ist mäßig, zeige ich euch gleich nochmal im Flug. Wir müssen sicherlich einige Show umfliegen. Wollen erst nach Freiburg, dann weiter nach Chambry. Route zeige ich euch gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, bitte. Startinformationen. Ja, wir haben die Piste 28 im Betrieb. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Piste 28, vielen Dank. D-Weik, November, Victor Lieber. Das Abenteuer beginnt. Ich zeige euch mal eben hier das Wetter und die Route. Wir fliegen jetzt erstmal östlich an Dortmund vorbei. Dann fliegen wir ein kleines bisschen weiter Richtung Westen, um zwischen zwei etwas größeren Regengebieten durchzukommen. Und wenn wir das hinter uns haben, wird es darunter deutlich besser. Und das müsste vom Zeitfenster eigentlich ganz gut passen. Okay, wir werden sehen. Ich zeige euch mal, wie das draußen mettermäßig aussieht. In die Richtung. Also Richtung Osten ist total offen. Zu Süden ist ein bisschen dicht da. Wir haben aber überall 5 bis 10 km Sicht. Und wir bleiben weiter mit dem Regenradar. Hoffentlich gut orientiert. Wir sind da bei Koblenz. Nach rechts von uns. Sehr schöner Flugplatz. Wenn wir jetzt richtig Hunger hätten, dann würden wir da ganz gerne essen gehen. Können wir ja toll griechisch essen. Dann gibt es nur noch Baguette. Dann gibt es nur noch Baguette. Wir sind mittlerweile ein bisschen höher auf LL115. Ja, interessantes Wetter. Hobbies, glaubt du das nicht? Wir warten immer VFR. Immer. Aber das war schon heute ein bisschen anspruchsvoll. Aber das war schon heute ein bisschen anspruchsvoll. Lange Information. Delta Mike, November, Victor Lima. Ja, Victor Lima. Hallo, Nummer 4452. 4452, Delta Mike, November, Victor Lima. Ja, man muss sagen, das ist natürlich auch echt eine Hilfe, die Lotsen von Flangen sind total hilfsbereit und der Radartyp ist auch sehr schwingungsfähig. Es kommt natürlich auch noch hinzu, dass jetzt gerade sehr wenig los ist, aufgrund der Wetter-Situation, auch der Frequenz, dann haben die natürlich noch mehr Zeit und helfen beim noch mehr. Ja, man, 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 was man mit Zoom-Gerät machen kann und zwischendurch mit 60% mauland keinen Haar. Noch nicht, aber so. Ja, da sieht es sogar nicht gut aus. Ne, man mag an der Ausbrücke. Ja. Irgendwann hinter den nächsten rechts an. Genau. Wir müssen sogar tendenziell ein bisschen nach links, passt sogar. Ich mache auch nochmal hier ein Wetter-Overlay hier. Geil. Echt. Ja, da oben ist es jetzt auch nicht wirklich besser geworden, wo wir hergekommen sind, guck mal. Ja. Aber ein Gezwitter haben wir nicht gesehen. Es waren ja eigentlich einige Gewitterzellen gemeldet. Geil, oder? Ja. Freie Sicht bis Freiburg. DL, Stadion Tom FC Freiburg in Sicht. Wir verlassen die Frequenz zu prüfen, Freiburg. VL, Squawk 7000, ciao. Squawk 7000, vielen Dank, ciao, ciao. VL, Wind aktuell aus dem Südwesten mit 1,0 Knoten und ÖNW mit 2,0 Knoten. VL, verstanden. Beginn in den Langhänern, Flugzeitliste 1,6 mit 0,1. Ja, die haben aber eine große Bahn, ne? Ja, ja. Wursche Welle ist auch noch ganz groß, relativ groß. Sehr breit vor allem. Regev ist einfach am einfachsten, da fangt die wahrscheinlich an. Und Meribel ist dann ein bisschen komplizierter, weil es ganz schmal ist. Die Piste. Ja, ein bisschen böig. Sehr schön gemacht. Merci. Herr Siehmer, willkommen in Freiburg, wie ist Ihre Intention? Intention wäre Kaffee und Kuchen, Landegebühr zahlen und etwa in einer Stunde wieder los. Verstanden, das hört sich an wie eine gute Plan. Und da hinten spielt der Tabellenführer. Ich will mal nicht sagen, der zukünftige deutsche Meister glaubt, glaube ich, keiner so richtig. Die haben Europales. Oh, passt gut. Ganz schlimm. Das Flugplatzrestaurant geschlossen. Jetzt müssen wir gleich in den Möbelladen gehen, ins Café. Na ja, kommen wir noch rein rein. So kommt man da mal rein. Toll. Jetzt machen wir erstmal schnell den Flugplan und mit einer Stunde Volllauf und dann trinken wir einen Kaffee. Und dann geht's sofort weiter. Türe schließt sich. Türe schließt sich. Und ich habe mich so aufs Flugplatzrestaurant gefreut. Aber das sieht auch gut aus. Stockwerk 3. Türe öffnet sich. Wir haben hier ein bisschen Gewölk. Wäre super, wenn wir da noch vorher kämen gleich. Das könnte aber klappen. Türe schließt sich. Türe schließt sich. Okay, bist du bereit? Yes, ich bin. Okay. Airspeed live. Nice. Nice. Airspeed live. LF aktiv um 255. Papier, danke. Ein Stück noch und dann rechts ab. Ganz über den Hügel dahin, wo es hell ist. Genau richtig für uns. Legen wir direkt gerade raus. Fliebe auf der Linie Passant. D-MNVVL, Skrook 3450, QNH 1018. QNH 1018, Skrook 3450, D-MNVVL. LF, bitte. D-MNVVL, Skrook 3550, D-MVL. D-MVL, vorst du G-1T. D-MVL, vorst du G-1T. Der Name der G-1VLVLVL, vorst du G-1T. D-MVLVL, vorst du G-1T. D-MVL, vorst du G-1T. D-MVL, vorst du G-1T. D-MVLVL, vorst du G-1T. D-MVL, vorst du G-1T. Und wie viele Leute verbunden? D-MVL, vorst du G-1T. Wir sind gleich schon auf der Höhe von Genf, also nahe der Schweizer Grenze sind wir hier. Links kann man schon ein bisschen Alpen sehen und hier sind schon so ein paar Ausläufer. Oh ja, kann man sehen. Hier haben wir ein bisschen Bewölkung, ziemlich finster. Wir müssen das Licht anmachen jetzt. Keiner Scherz. Aber passt, dahinten ist wieder schön hell. Zeige ich euch das mal. Wunderbar. Der Transponder 3430, QNH 10.18. QNH, ja. Das ist sehr erotisch. Jetzt machen wir nochmal hier. Keine Liebe. Metschnitt. 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 Jetzt muss man ja gleich irgendwann nach X so ein bisschen, ne? Ja. Die Frage ist nur wann. Dass wir so ein bisschen gucken wegen den Mountains. Das Blaue ist die Route vom letzten Jahr. Wir pflegen eigentlich die gleiche Route, aber das letzte Mal gut geklappt. So, jetzt haben wir endlich schönes Wetter. Ich zeige euch das mal da draußen. Oh, guck mal das Tal da. Schön. Schön. Jetzt darf ich das mal. Wir sind schon in Kontakt mit Schamberi Approach. Kann ich euch mal zeigen? So können wir auch schon sinken, warum? Liegen wir dann hinter dieser Gewirkskette da? Ja. Vorsprung wahrscheinlich so. Da sieht man jetzt den großen Flughafen Chambry, in dessen TMA wir gerade unterwegs sind. Dann müssen wir ein bisschen links rüber und hinter der Berg. Link der kleine. Vintura Lima, so we're transit via Echo Yankee and then Sierra Bravo to join Chalizo. Is that possible for you? Oh please, sir. Transit via Echo Yankee and then Sierra Bravo. Does that suit you for joining Chalizo Lima Fox Lima Echo? Echo Yankee and next what waypoint is? Sierra Bravo. Where is that Sierra Bravo? I haven't seen it yet. Ah, that's Sierra Bravo. Okay. Fistom D7, 6-5-0. Sorry. Victor Lima, Sierra Bravo, rückfest to leave your frequency. Delta Victor Lima, squawk VFR 7000, leave frequency and do not forget to close your flight plan once underground. Bye. We have to close our flight plan. Spock VFR. Thank you, bye-bye. Zaleso, Delta Mike, November Victor Lima. Vertical Ball 7. Pura-Aterization. Terrain, Terrain, pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pass auf mit dem Berg da bitte, ne? Ja, ja, ja. Ich drehe vorher schon ab jetzt. Terrain. Pull up. Ah, nee. Pull up, pull up. Pull up. Pull up. Okay, cool. Yeah. Welcome to France. Cool. Ich freue mich. Wir sind da. Geil. Schon gelandet, super. Wir freuen uns. Ich bin gerade angerufen worden schon, weil ich vergessen habe, meinen Flugplan zu bieten. Ah, hallo. Ich habe das letzte Mal gesehen. Hallo. Begrüßung haben wir hinter uns. Jetzt sind wir wieder in unserer Absteiger, wo wir letztes Jahr auch waren. Ich nicht. Aber so richtig schlecht ist es hier auch nicht. Nicht? Wir werden sehen. Ah, ist so geil. Ich bin so happy, dass ich hier bin, echt. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. In den nächsten Wochen gibt es immer mal wieder Impressionen vom diesjährigen Training. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten gibt es in der Playlist vom letzten Jahr detaillierte Anflüge von allen Flugplätzen, die beim Flight Training angeflogen wurden. Schaut einfach mal rein. Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.